Gute Arbeit. Iguale, amigo. Alejandro hat uns auch geholz. Es auch in Ikea. Vamos por unos vaqueros, cabrán. So. Sollte schon ein Plante Hell aus ungefähr. Prost, wie ist dein Status? Komm mit zu euch. Verstanden. Wir sind unterwegs. Auf den Hubschrauber achten. Sieht aus, als wären wir außer Sichtweite. Zellenplack. Eingang voraus. Shadows versperren den Weg. Schicken wir sie zur Hölle und gehen rein. Alles sicher. Sauerer Schuss. Versperrt. Brechen wir sie auf. Nein, Rudy. Klopfen. Mir nach. Sünd. Alter. Ach. Feinde im ersten Stock. Anate gerufen. Jetzt kommen wir die Treppe runter. Einer aufgelegt. Wir beschäftigen sie oben. Brücke vorn. Ich dachte, die wäre irgendwo eine Treppe. Gibt es hier irgendwas? Nein. Gibt es hier irgendwas? Ich folge dir, Sergeant. Kaum noch Munition. Alejandro ist hier oben. Gehen wir. Erledigt. Sehr stark. Alejandro ist den Flur runter. Rechte Seite. Mit Gegenwehr rechnen. Machen wir sie fertig. Mölem Pinches Sambre. Da ist Alejandros Zelle. Öffne sie. Ich gebe Deckung. Sobald ich dieses Schloss knacke, stürmst du rein. Dafür sind wir gekommen. Alejandro! Ich erst, Hermano. Coronel, bleib ruhig. Wir sind es. So. Rudy. Ghost. Hast du gedacht, wir lassen dich her? Warum habt ihr so lange gebraucht denn der Ghost? Ihr wimmelt es von Shadows. Das wird die Hölle. Bekämpfen wir Feuer mit Feuer. Es sind mehr Vaqueros in den Zellen oben. Holen wir sie raus. Holen wir dir nach, Rodolfo. Alter. Erstmal brauchst du ja nicht. Nein. Ich habe vor ihm einen Besuch abzustatten. Ich auch. Sie haben Wachen auf alle Tassen. Bereit halten. Okay. Kein Sekunde! Er rückt sie mir. Egal was! Ich aus der Butter. Verlädigt alles, was sich bewegt! Wir sind sicher. Los Vaqueros sind in diesen Zellen eingespillt. Wir sind da, Vaqueros. Zeig nach Hause zu gehen. Ich bin doch dich. Wir sind hier, hermanos. Wir holen wir's raus. Frechen wir die Türen auf? Wir sind elektrisch verriegelt. Schalterst du dem Kommandoposten am Flurende. Oh, das hier. Ich wollte nichts sagen. Muss das nicht hier irgendwo sein? Oh, wait a minute. Du hast ihn gehört, Johnny. Geh da rein und öffne die Türen. Wenn dabei. Orale! Mis Hermanos hasta la muerte. Schalz in Parra, ha ha ha. Wann eine und warte hier? Comandante, estás vivo? Wer bist von uns mit mir? Bendito sea! Ha ha ha! Ninguna Prisión puede retene a los de Kieros. Let's go, le Jungs! Leuchta! Und... Sparren! Stiften wir etwas Chaos. Orale! Och du Scheiße, hier geht's jetzt echt richtig ab. Die Shadows sind weg. Jetzt wissen wir von uns. Sancturvan quitsche! Schalz in Parra. Ja,�된 sie. Lass nicht weit. Schalz in Parra. Schalz! Lass nicht weit! Schalz in Parra. Elf, Siehten! Schalz in Arra! Lass nicht mit Schalz! Auf den Stinkern! Schalz in Parra. Wir werden sehen. Das ist weg. Okay, alle Türen sammeln. Waffen-Sarfer, die Treppe führt nach unten und raus. Wir fließen uns einander an und verschwinden von Chia. Fahrzeuge präpariert. Blast am Tränkladen für unsere Flucht angebracht mit Johnnys Hübschel. Ich kann Sob nicht Johnny nennen. Besser nicht. Das darf nur Ghost. Nehmt mit, was ihr braucht. Es wird heftige Jäger werden. Wir müssen über den Hof, damit alle rauskommen. Geht voran, Sob. Machen wir den Sommer, dass die Hölle feiß. Er ist weg. Oben. Oben ist weg. Linksseite ist frei. Clean. Ist er clean alles? Und das macht bumm. Gute Arbeit. Weiter. So, das waren alle, ne? Ja. Schuss. Benutzt den. Störensaum. Johnny. Die Schüsse ist klar. Unser Truckball. Spreng es. Wer macht das schon? Abschaum. Habe ich dir eine Waffe hin? Okay. So krank. Ach da rein. Die Schüsse sind verrückt. Diese Shadows sind verrückt. Seltener, Johnny. Verdammt. Er möchte gerns. Scheint ruhig zu sein. Nehm alles, was wir im Kampf brauchen können, Johnny. Jetzt kümmern wir uns um Feuerschutz von oben. Wartet auf was heißen. Bestätigt. Dann nehme ich mal das. Und das andere auch mal mit. Alles gut. Hier oben. Kann man hier auffüllen. Haben wir Samtech, Monotof, Tränengas, Rauch. Moment. Oh, ich bin bereit. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Hier kriegt man nicht. Kann man aus Halle? Oh, da ist der Neuler. Komm noch Merci, haben Sie denn? Und wir haben hier! Durchfluch! buch schön nachladen jetzt durch das wir zum flankieren nutzen können wir müssen weiter über die mauer das der alte band perfekt für den moment sind wir sicher aber shadows schuldig zu sehen kaputt groß garig preis wo er wusste dir das war als schüppert untertauchte relations informiert das war ein feld in der brandung das sind captain preis und seite garig danke für die hilfe meine männer brauchen deckung überwachung sofort ja 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 ich wusste ich bin mit dem Feuer ich bin mit dem Kleckern die Zeiger hoch ich bin mit dem Feuer 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 von wo wir hauen ab alles da das verschwinde ich sofort die zwei gehören uns nimm den Truck mit dem wir gekommen sind die Wahrheit ich bin mit dem Feuer ich bin mit dem Feuer ich bin mit dem Feuer